Eine weitere Neuheit der Firma Franke sind die neuen Urinalspülarmaturen Flasch C und Flasch S. Flasch C als manuelle Variante mit Handbetätigung und Auslösung sowie die Variante Flasch S mit der optoelektronischen Auslösung und zwar als Wandeinbauarmaturen mit veränderbaren Parametern, das heißt einstellbare Spülzeiten und Reichweitenveränderung. Natürlich entsprechend auch dazu die unterschiedlichen Installationselemente für den Einbau im Rohbau. Für die neuen Urinalspülarmaturen Flasch S gibt es die entsprechende Fernbedienung zur Einstellung der genannten Parameter.